Nach der Niederlage beschließt Monark in verschiedene Universen einzutauchen, um andere Arten von Besitzern der Miraculous von Ladybug und Catnor zu finden. Ladybug hat jedoch einen Plan, um ihn zu besiegen. Sie will, dass Hesperia sie akkumatisiert, damit sie ihn in allen Universen ausspüren und verfolgen kann, bis er letztlich aufgibt, das Miraculous von Ladybug und Catnor zu stehlen.